Jetzt sind wir ja schon dreißig. Weiß was, dann mach ich das jetzt mal anders. Dann gibt's 30 Fragen. Okay, 30 Fragen. Ich bin Phil, ich spiele Gitarre bei Powerback und ein bisschen Background-Gesang. Hi Phil! Hallo! So, das ist mir eigentlich. So, ich bin Phil, ich spiele Schlagzeug beim Platzball. Nein, Bauer weg. So, damit ist alles gesagt. Hallo Phil! Ich bin der Werl und ich spiele Schlagzeug beim Platzball. Hallo! Ich bin der Werl und ich spiele Schlagzeug beim Platzball. Ich bin Marius und ich spiele nicht Gitarre bei Powerback, sondern Freiburg. Ich bin der Mauer und ich bin der Werl. Ihr seid doch älter. Ihr seid doch älter. Ihr seid doch älter. Ich finde der Korn und Geschmack ist einfach dääh. Aber ein Korn ist halt echt ... Man kommt nur vom Land. Da gibt es doch gute Selbstvertrauen, oder? Auf 1195. Na ja. Wir waren mit 14 in Kommunierung. Da kommt immer so. Entschuldige, kann ich auch. Da gab es die Belebenskunden bei uns. Also, die Teile meinen. Aber ich kriege das auch immer gut. Händlänger, Händlänger, Händlänger. 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 Händlänger, Händlänger. Händlänger. Ich würde gerne jemanden anrufen. Ne, Dio. 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 Ich bin verbust. Das ist schwer. Aber bei mir macht Dio ganz knapp das Rennen. Oh und du? Am besten so. Ja. Auch sonst sieht man dich nicht. Dann sag ich jetzt ganz knallhart, äh, Dio. Ja! Dio hat gewonnen! Aber klappt! Macht ihr nur! Bravo! Bravo! Enthaltung? Also, aber nur der erste. Ich glaube, ich hab... doch, ich hab Dammovang gesehen, ja. Was ist das? Das ist Dammovang. Das ist eine Basis. Lübben. Farnischer. Farnischer. Ah! Was ist Preacher? Oh, so eine neue Serie. Was Serie? Alle sind jetzt ja die Strafe. Von Marvel. Ja. Ich hab euch einfach noch nichts nachgelabert. Ich hab euch noch nichts nachgelabert. Preacher ist aber auch... Ist auch. Ja. Wie gehört. Ich bin ja was gelernt. Ja. Ich hab keine Meinung. Ich hab keine Meinung. Ich hab jetzt auch nachgelabert. Jackson! 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 Geh jetzt selbst. Was hast du jetzt bei den anderen? Ja. 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 Jack Norris. Jack Norris. Oh, warte mal. Was ist das? Hey, komm. Es gibt nur einen, der zweimal bis zum Ende spielen kann. Ja, Mann. Ich bin auch Jack Norris. Ja, ganz zahm, ey. Der Duftgegen muss wie verlieren. Okay. Tiere. Tiere. Sind leckerer. Gitarren. Beides. Gitarren. Genau. Ja? Man spielt Gitarren. Ne, ich nehme auch beides. Zum Essen oder zum Halten? Zum Alten. Also essen dann nämlich Kinder, aber... Dann auch Tiere, ja. Ja. Kinder halten. Kinder sind wir davon. Ja, richtig. Im Mörden. Das ist nicht unsere Baustelle. Aber steigt das echt mein Limit? Ja, da können wir nichts tun. Dann sagen wir, im Mörden natürlich. Wunderbar. Wunderbar. Allerdings waren es natürlich die Formaten. Keine Ahnung. Auf jeden. Evil Dead. Das ist mies. Ja, das ist wirklich. Evil Dead. Evil Dead. Evil Dead. Scheiße. Also ich muss... Ah, verdammt. Also für diesen Slapstick-Kult-Scheißfaktor... Evil Dead. Evil Dead. So, damit. Evil Dead. Ja, Pop natürlich. Ja, Pop. Ja, Pop. Mit Dahl. Mit Dahl. Mit Dahl. Natürlich. Guck mal an. Also... Machen wir doch mal. Also wirklich, wir sind schon geil. Wir wollen doch alle irgendwie Geld spenden. Es geht doch mal so. Ja. Ja, ja, ja. Zombies. Waffäre. Waffäre sind immer so... Waffäre haben so... Damit waren nicht eigentlich noch die alten Warn 4. Die alten Warn 4. Die alten Warn 4. Vielleicht mehr noch die alten. Trotzdem, Pop. Ne, ist schlimm auch Zombies. Weil Blade fand ich auch extrem scheiße. Ja. Aber den ersten war gar nicht so cool. Ja. Animationen, Kacke. Der Typ fällt mir überhaupt nicht. Das ist viel zu gut. Das ist viel zu gut. Das ist viel zu gut. Ja. Ohne Internet. Ohne Internet. Ohne Internet, ja. Ohne Internet. Ja. Habe ich noch Zombies. Ohne Internet ist keine Musik. Ich habe noch Zombies. Ich habe noch Zombies. Das ist ja auch. Das machen wir auch ohne Internet auf jeden Fall. Ich kann auch was singen. Die Mehrwert sind auch schon dadurch die Ausnahme. Ja. Ich schließe euch da auf, der Star Wars war nicht so im Konflikt. Ich hab's nicht getraut, aber schon Masse mit Kaffee. Bier, 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 Kakao, Dummelschwarze, Heiße, Bier, Espresso und Kaffee, Bier, 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 Bier. Ich hab's nicht getraut, ich hab's nicht getraut. Nee, oder da wird's jetzt die Gila, ey. Scheiße, Batman, Joker. Ah, Joker ist schon noch nie so dreckig. Aber, aber, Joker. Ja, aber Batman, weil der so was angezogen. Joker hat Harley Quinn, ich nehm' Joker. Ja. Weißt du, diese Neue jetzt, die war jetzt? Ja. Bad Girl. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Boah. Das ist auch meine Welt. Arnie! Ja. Arnie. Ich bin's normalerweise nur auf dem Kopf. Ja, guck da, wo? Ja, lang. Ja, also, völlig. Ja. Easy. Lang. Heute ohne lange Phase, komisch. Ja, ich hab auch lange Zeit, mach ich es nicht, aber... Also, lang. Ja, ich auch, mach ich es auch nicht. Ach so. Oh, warum hast du lange Zeit? Harry inside. Ja. Film. Ruf. 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 Ruf, Ruf. 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 Juvacca. Ja, war's. Juvacca. War's, nie. Nein. Ja, Zukunfts. Wurde getrunken. Aber das ist schon gutes Zeug. Ja, das ist nicht. Das ist ja cooler, ich weiß nicht. Ja, Kinderarbeit und so. Das war 60 Stunden, glaube ich. Das war eine gute Frage. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist schwierig. Wir haben ja nur eine Wahl. Wir haben ja auch verweigern können, auch antworten, wie ihr wollt. Nee, Mann, ich mach mal zu gut. Ich schließe mich an. Ist interessant. In der Vergangenheit weiß man schon alles. Tach von mir. Tach. Sonne. Sonne. Bedingt. Die Abwechslung. Nein. Solang es nicht so heiß ist, geht auch Sonne. Sonne. Samson. Samson. Aber nicht Apple. Apple. Das ist ja so heiß. Das ist ja so heiß. Das ist ja so heiß. Tattu. Ja, Piers. Das ist ja so heiß. Tattu hier. Ich hätte auch schon längst eins, wenn ich mich beschritten mit der Ausweisung. Das ist auch voll fies. Gerade beim ersten. Das soll ja auch... Raider. Raider auf jeden Fall. Raider auf jeden Fall. Was ist das? Das ist noch mal ein bisschen ausverschneiden. Die Tachen. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Das schließe mich beim Warwick dann auch ab. Warwick. Ich habe den anderen schon nie gehört. DGZ. Die haben immer so groben Hölzer. Das ist ein Schwedetier. Die Tachen, Herr Schiller. Ich verpasst mich noch nach. Klingt immer. Oh ja. Okay. Ja. Danke an beide Bands für das Interview. Das wird jetzt mal ein außergewöhnliches Interview. Mit beiden Bands. Ja. 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 D loading mode. Untertitelung des ZDF, 2020